Sie kriegen gleich drei Minuten Redezeit, dafür machen Sie kein Gebrüll, okay? Okay, dann haben Sie drei Minuten Redezeit, kommen Sie mit. Das tut es nicht. Los, komm. Wir bleiben nicht. Was? Nee, komm. Also, wir sind in Demokratie, hier werden Argumente ausgetauscht, hier wird nicht gebrüllt. Also, drei Minuten Redezeit, wer will. Mensch, das kann doch nicht sein. Ihr kommt jetzt zum Demonstrieren und zeigt mal, wie Sie das Mikro haben.